Nachbarin hat so ein kleines Mädchen, meinte die Tochter, Mutti, ich bin von der Schule ordentlich abgeholt worden. Ja, ja, wie kam das denn? Ja, ein Indianer hat mich von der Schule abgeholt und ich habe hinten auf dem Pferd gesessen und mich dann so am Sattelknauf festgehalten. Ja, ist so hinten gesessen und mich dann so festgehalten am Sattelknauf. Meinte die Mutter, Kinder, Kindchen, Kindchen, Indianer reiten doch gar nicht auf Sattel.